Die neuen Räumlichkeiten der Physiotherapie im Nationalen Sportzentrum Mattlingen können in verschiedene Bereiche unterteilt werden. Je nach Bedarf finden darin Behandlungen oder Rehabilitationstrainings statt. Im Behandlungsraum werden die Athletinnen und Athleten in einer ruhigen Umgebung therapiert. Hier wird bewegt, mobilisiert und gedehnt und es werden auch verschiedene andere Therapieformen angewendet. In diesem Raum finden auch die medizinischen und regenerativen Massagen statt. Gleich nebenan wird im modernen Kraftraum das Rehabilitationstraining im Bereich Kraft durchgeführt. Dabei geht es darum, an den verletzten Strukturen Kraftdefizite zu beseitigen und die nicht verletzten Körperteile in Form eines Ersatztrainings weiter zu trainieren. Nur eine Tür weiter bietet der funktionelle Trainingsraum genügend Platz, um schon früh in der Rehabilitationsphase sportartspezifische Bewegungsabläufe in allen Formen zu trainieren. Der Skillcourt bietet hier eine ideale Möglichkeit, auch kognitive Trainingsformen in die Rehabilitation einzubauen. Am anderen Ende des Gebäudes Lärchenplatz steht den Athletinnen und Athleten der Regenerationsraum ganz tätig zur Verfügung. Dieser dient nach sportlichen Trainings- oder Rehabilitationsmaßnahmen der Erholung und Regeneration. Um jederzeit den Stand der Rehabilitation überprüfen zu können, steht der Physiotherapie auch ein Testraum zur Verfügung. Hier werden vor allem im Bereich Krafttests durchgeführt, um jederzeit einen Überblick über die Kraftwerte zu haben. Schon sehr früh in der Rehabilitation kann das Anti-Gravity-Laufband zur Gangsschulung eingesetzt werden. Durch die Reduktion des Körpergewichts können die Athletinnen und Athleten noch an den Stöcken gehend ihren Gang wiedererlernen. In einer späteren Phase der Rehabilitation dient das Anti-Gravity-Laufband dem Übergang vom Gehen zum Joggen. Zu guter Letzt bietet der Außenbereich der Physiotherapie ideale Bedingungen, um die Athletinnen und Athleten bei ihrem Return to Sport zu begleiten. ** Untertitelung des ZDF **Laufband des ZDF Association **Laufband des ZDF und Azpenns